Frag doch deinen Rentenberater, die Rente mit 63. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich freue mich, am 7. Mai um 14 Uhr bin ich wieder für Sie da mit unserem Livestream Frag doch deinen Rentenberater, und zwar aktuell zum Thema Rente mit 63. Ich freue mich, wenn Sie Ihre Fragen stellen und ich versuche, Ihre Fragen dann am Freitag, den 7. Mai 2021 ab 14 Uhr zu beantworten. Also nicht vergessen, einschalten auf unseren YouTube-Kanal 7. Mai 2021 ab 14 Uhr.